Herzlich willkommen im Park der Gärten. Mein Name ist Gerda von Lienen. Ich bewirtschafte den bäuerlichen Nutzgarten hier im Park und möchte Ihnen heute ein Gemüse vorstellen, das wir hier im Park anbauen. Es ist die Pastinake, ein ganz altes Gemüse, das mittlerweile seine Renaissance wieder erlebt und das ich jetzt hier gerade mal ernten möchte. Dieses Wurzelgemüse ist wunderbar oder vielseitig verwendbar. Es ist ganz lecker in Cremesuppen, in Aufläufen, in Eintöpfen. Es hat ein ganz tolles, müriges Aroma. Zum Anbau ist zu sagen, es wächst über den ganzen Sommer hier im Garten und wird dann jetzt im Herbst oder ab Herbst kann es geerntet werden und kann aber auch den ganzen Winter im Boden bleiben und bei Bedarf dann geerntet werden.